Hallo, herzlich willkommen, da in Folge Koop-Sie-Sens, FIFA 15, mit dem Alex. Hallo Leute. Und mit mir, ich kann dich irgendwie in der Arena keinen nichts stellen. Das ist geil, also ich habe immer irgendeinen Sparko, wie immer, also wir FIFA 14. So. Und wir sind eher, wie bei FIFA 14, da könnte ich auch mal einen Sparko stellen, hier kann ich auch einen Sparko stellen. Ähm, ja, Pia? Pia? Ja. Du hast es gerade umgestellt, was ging ab, mit dem Schloss? Und wie der FCB gegen den FCB. Bei mir aber diesmal auch. Also, das ist auch wirklich FCB. Ja, aber das war ich mal die ganze Zeit mit der Reform. Da war es bei mir nicht. Und auch in echt nicht. Wo du es angezeigt hast. Ja. Aber jetzt stimmt sogar mal. Komm. Boah, ist doch nicht der Ernst, oder? Ist gegen den Pfosten, wie heißt die Scheiße? Torhaltungspfosten, oder wie die Kacke heißt. Mann, ne. Komm. Ich bin gedacht, der geht rein. Habe ich auch gedacht. Wow. Lauf doch mal, du Schnudel. Ja. Niemand aber gelaufen. Wollen wir nicht im Weg rumlaufen, gegenseitig. Ja, mach doch auch was, Mann. Hallo, warum ist das jetzt faul, Mann? Mich verarschen? Habe ich doch gar nicht gefoult. Oder was jetzt für... Oh, nur ich ein bisschen... Na, fickt euch, ey. Pussyball, ey. Sehr schön. Aller warm, ey, ja. Komm. Ach, einmal... Egal. Hier auf, schwarz. Mann, ey. Pass mir noch, äh... Ja. Da hin. Oh. Boah. Nein, ich muss jetzt abseits reinholfen. Ho. Ho, ho. Ich hab gedacht, der geht rein. Oder zumindest besser. Hä? Abgefälscht. Läuft. Ich hab's ja jetzt nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Ha, schade. Jo, wahrscheinlich. Ich hab noch den rein. What a goal, motherfucker. Motherfucker burn. What a goal. Sechs lots of rock'n'rolls. Läuft bei uns. So, jetzt müssen wir jetzt noch mal halten. Zack. Ne? Halten. Fliege, verpiss dich jetzt, Alter. Kackfieder. Nein, du läufst jetzt nicht durch. Ich will es noch grad verhindern. Wir versuchen hier grad, äh... Ah, natürlich. Läuft bei mir, ja. Aber allein, dass die schon wieder so weit durchgekommen sind, ist wohl ja richtig scheiße. Jawohl, Alter. Ja, genau so abgefälscht ist, dass er noch hinkommt, ey. Voll geil. Das ist aber grad Glück, ey. Das war richtig lang. Guck dir das mal an, hier. Bam, Junge. Der hält den wie so ein asozialer, ey. Und dann, zack. War, geht der, aber halt abgefälscht. Nicht, der Torwart. Ja, nicht? Torwart hat er doch auch gehalten, wie so ein asozialer. Habt ihr dich voll getroffen, Alter. Voll, 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 geklatscht. Sehr schön. 2-0-Jetzer. Komm, ey, auf geht's. Das Aufbau, Ausbau. Das ist ja gespielt mit dem Durchlaufen, Alter. Ja, wähl ihn doch mal oben aus, Alter. Ja, ging, Torf. Ich will nicht drücken, den nächsten Knopf, der da oben, ist einfach nur auf dem Fleck stehen geblieben. Ja. Ja, der gilt nicht. Ja, ich hab doch gedrückt, dass du einfach nur, geh weg. Alter, wie viele Leute hier mitrennen einfach. Wow, mach's komplizierter, sind ein paar mit in der Mitte frei. Ja, genau. Wieder gefickt wird. Es juckt wieder. Ja, das juckt ja keinen. Ja. Ja, sorry. Ich hab gedacht, der kann ja was vielleicht ausrichten. Neue Hingehen, alle mit sich verarschen. Was ist zurücklaufen? Oh, komm, ey, ist schon wieder viel zu sinnlos jetzt hier. Ah, wieder voll die Lacktau, die wir wieder kassieren, Alter. Tönlich. Alter, von sich nicht einer. Ja, hallo. Wie ist einfach auch wieder mal keine Fouls hin? Was soll die Scheiße, Mann? Der wird absolut zu Boden gefeiert, das juckt den Shireen nicht. Oh, jetzt wird er da nicht. Jetzt kriegen wir gelb. Halt'n. Ja. Mann, ey, komm jetzt. Die ist doch selber. So, komm jetzt, hau ab. Ich will jetzt hier. So, komm. Oh, gut, du. Oh. Ja. Ist klar, sind wir beim Sumo-Ringen oder was? Ja, ich will einfach mal in die Luft springen. Ja, so muss das. Sprung-Kraft-Boost 5000. Komm jetzt. Scheißegal, ich will ihn jetzt da hin haben. Ja, gut, das war ein bisschen. Ja, komm, komm, mitte. Alter, will ich mich verarschen? Fürst drücke ich vier. Ach ja, komm. Schon wieder derbe unnötig hier alles. Ist klar, ey. Was für Aktion. Sorry, jetzt war ich die Scheiße von mir. Hallo. Hat ihn irgendwie in der Situation nicht gejuckt, dass du was du da machen wolltest? Komm. Einmal ein vernünftiger Kopfball. Der ist nicht mal gesprungen. Was erwarte ich? Hat nicht mal reagiert, Alter. Können wir nicht auch mal irgendwie so durchklutschen? Komm, will mir halt nicht hinaus. Ja, wie der einfach mal wieder durchwalkt. Boah. Alter, nein, nein, nein. Wir sind so fester. Oh, komm, ey. Ja, sorry. Ja, das habe ich zu schnell gemacht. Wow. Das war Tatschbecherung. Mach doch. Komm, geh doch hin. Ja, kein Box irgendwie. Das juckt die gar nicht, dass er am Ball rumliegt. Ach, ich lehne gerade jetzt. Ja, komm. Abseits, ne. Geh doch hin. Alles hat so ein bisschen bei rumkettet. Selbst der andere kann ich nicht hin. Egal, Halbzeit. Lass mich wieder verspannen. Ja. Obwohl wir noch die Führung haben. Betonung auf halt noch. Was will denn mein Handy um die Uhrzeit, ey? So, die Fresse halten. So. Was für der Popschutz, dass er sich hier verschiebt, ey. Habe ich dir in welche Rechte eingeräumt? Nein. So. Übrigens habe ich gerade in der Pause zwei Cheeseburger gefressen, weil mein Alter mir die mitgebracht haben. Läuft bei dir. Ich konnte dir nicht einfach so rumliegen lassen. Ja, aber ich hatte eh keinen Hunger, weil ich habe heute Dings gegessen. Äh, heute Abend, äh, Tzatziki und Schafskäse. Und das macht einfach zwei Schafskäse und Tzatziki macht einfach so voll. Läuft bei dir. Ah, sorry, da wollte ich so coole Sachen wieder rausholen. Oben. Ah, ja. Er wird mir da weg. Ach, komm. Pick dich. Boah, er kann ja nicht sein, dass die hier immer wieder so behindert rumkommen. Komm. Ja, abgewandt. Alter, wie die, wie das immer aussieht, wenn die kriegt. Wie die sich immer rumrollen. Das sieht einfach so aus, als ob die ja, keine Ahnung, sterben gerade bei dem Manöver. Und der, das, äh, das H muss eigentlich nach, nach, nach dem D kommen. Ne, doch nicht. Stimmt sogar. Nicht stimmt sogar. Die haben so richtig gemacht. Oh, 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 oh. Einfach so voll den Mann scheiß auf den Ball. Ah, komm, bitte schieß du. Ich will nicht. Oh, ich bin jetzt auch noch geil. Komm, hau ihn rein. Mann, warum springt er dann auch genau in die Ecke? Die Mistgeburt wusste genau, wo ich hinschieße. Jetzt klar. Ja, Ribery. War am Absatz anscheinend auch, weil da irgendwas... Ach so, weil da, weil da einfach, einfach, einfach weggelaufen ist. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Mann, ey. Lauf hier mal ein bisschen rum. Yay. Da hab ich einfach nur rausgedrückt. Was hätte ich machen sollen? Hätte ich aber... Äh, ja, genau. Tja, will ich mich verhaschen? Was, 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 weil Balle gewungen wurden? Fuck. Spammer Town. Lauf. Ah, scheiße. Oh Gott, echt, ich bin hier alles viel zu übertrieben spannend. Unnötig spannend. Ja, sorry. Mann. Mann, ey, warum steht denn da auch keiner? Ganz ehrlich. Hier auf den. Ja, genau, Alter. Lauf bei dir. Ja, hast du... Der kann direkt durchlaufen. Und der Spieler reagieren nicht mal. Oh, auf den Tricks. Fick dich jetzt, Alter. Was nicht so Wieso denn Alter Jetzt lauft mal hier mit der Spartaner in der Mitte Ja passt halt nicht zu dem Ja Du passt auch nicht immer Wenn es sinnvoll ist Ich wollte dann mal richtig schön in die Mitte spielen Ja Ja Die Not zu klären Zu wollen Die Not zu klären Die dann wieder zur Not führt Passt dir wieder Ja ich habe manchmal Panik wenn es darum geht Alter Du sollst einfach gechillt bleiben Wenn ich auf die scheiß Dings gucke Dann ist das halt so Wenn ich gerade nicht mehr die Zeit habe Auf die Anzeige gucken zu können Wo was für ein Spieler ist Komm Oha ey Wie egoisch ich das gemacht habe Läuft bei mir Könntest du schön abstauben ne mein Nigger Jawohl Sehr schön Was ist es Was ist jetzt der Ausgleich Ne War jetzt Also nicht der Okay Wir sind einer einzig vor Sehr geil Hör Mami Hör Mami Hör Mami Hör Mami Hör Mami Ach was du Okay Dann halt Mami Auswechseln hau trieb händler als dörf sind scheinbar und hat einfach eine einspielungsphase dann wird spielen alle vom verlor scheiß egal haben wir eine Saison gesetzt dafür stehen wir wieder in einem halben jahr in liga eins und keiner kann uns am Arsch oder alle können uns am Arsch decken unser Ziel ist einfach zehnmal wir haben diesen fifa zehnmal meister in liga eins zu werden wir werden eh millionenmal fifa patchen ja wenn sie auch das machen wir nämlich immer äh, junger Lauf-Rode, wie lange bist du einfach nur ja, Rode, richtig Prämio von dir ich bin stolz auf dich nicht du willst nicht den Ernst auch Repairie ja genau, Boateng, weißt du, berührt dich nicht mal faul weiß das wohl mal Attab wieder, wieder jede Schesse lass einfach weiterlaufen manche jawohl, genau da soll der Ball auch hin, Alter läuft ach schade doch, 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 du läufst weiter weg oh, hast du verkackt ja, das ist ja einfach scheiße, Mann und Rode Mitleid nicht da, 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 wo mach ich denn hin mach ich einfach nach vorne oh, nö, warum kriegt der den denn noch Wasser war schon mal abseits zu so nicht nur scherze Yo ist ja wirklich immer scheiße sollen das für die Art von Pässen Alter anzunehmen Für den Gegner nicht. Ja, aber dann eben schießen. Wie langsam ist denn ein bisschen Repairie? Ich hab mich ein bisschen ausgebaut, Alter. Ja, kommt mir auch so vor. Ja, genau. Ja, weiter. Ach, komm, wie unplatziert das Ding. Wie ich aber weggefickt werde von der Seite, weißt du? Was denn, Junge? Ich hab doch den Ball getroffen, Mann. Gib ihm doch direkt rot. Mach erst mal eine vernünftige Frisur, Mann. Ach, das war die Aktion vorher, okay. Hab schon gedacht. Boah, Alter, mach doch. Kriegst du eh nicht hin. Sehr schön, damit ist das Spiel vorbei. Wir haben ja mit einem ersten Sieg nach 180 Niederlagen. Ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber so ungefähr. Oh Gott. Oh Gott. Hey, du. So. Mal gucken uns gleich schon mal die Tabelle an. Und dann war's das auch. Wenn die Tabelle mal angezeigt wird in zehn Jahren. Ja, genau, komm jetzt. So. Drei Punkte, ähm, ja, sechs Punkte haben wir jetzt genommen. Und, ähm, ja, das war's für eine Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.